Hallo meine Lieben, noch ein Video von mir und zwar heute zeige ich euch, wie ich mich im Herbst, Sommer, Winter und alles mich anziehe und dann fangen wir auch mal sofort schon an, damit ich nicht so lange reden werde. Also so würde ich mich im Sommer anziehen, so Bauch offen hier und Rücken auch. Dann noch so eine lange Hose. Wenn Sie sich mal gerade nicht sehen, dann mache ich gerade mal Ruhm. Also erst mal ich, dann so ein Bauch offen T-Shirt und hier hinten ist es auch offen. Seht ihr das? Dann eine lange Hose, also mit Jeans eher zu sagen so. So und jetzt mache ich, ich habe jetzt habe ich die Scheiße, also ich hatte fast Jahreszeit rein in Folge gemacht. Also ich mache jetzt mal nichts, scheißegal. Ja, das nächste oder eher, ich mache ja nur von Sommer, weil ich Sommer sowas von liebe. Heute mache ich einfach nur mal von meinem, also eine Jahreszeit, was ich liebe und meine Lieb, also die Jahreszeit, die ich ganz so liebe, ist Sommer. Weil ich dann am Strand bin und nicht mehr hier, also in diesem Ausland. Und ja, deswegen mache ich nur von Sommerumkleidung. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und ja. Und ja. Und ja.